Nächste Woche erfahren Sie beim Stadtgespräch alles rund um den steirischen Wein. Einschalten lohnt sich. Auch diese Woche präsentiert VulkanTV die Highlights der Vulkanlandregion. Und wann waren Sie eigentlich das letzte Mal im Kino? Lassen Sie sich von uns im Kino-Review inspirieren. Und jetzt gleich beantwortet Ihnen unser Steuerberater Josef Klug die wichtigsten Fragen zu Pensionen und Nebeneinkünfte.